Jo, das ist meine GTA-Freunde aus Zettelweilisten. Willkommen zurück zu GTA 5 Online. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr die blaue Duffelback bekommt. Ganz einfach, legen wir los, oder? Zuallererst sucht ihr euch das Outfit aus, worauf ihr die blaue Duffelback haben wollt. Jetzt muss ich mal schauen, welches nehmen wir. Ja, nehmen wir jetzt einfach dieses Outfit. Habt ihr euch für ein Outfit entschieden, auf das ihr dann die Duffelback haben wollt, müsst ihr jetzt einfach nur einen Job markieren. Den Job-Link findet ihr bei mir auf Discord. Dann geht ihr hier einfach nur auf Online, auf Jobs, Job spielen, markiert. Geht dann runter auf Last Team Standing und dann habt ihr hier den Job und diesen startet ihr jetzt einfach, okay? So, ihr wartet jetzt einfach nur, bis ihr dann dort im Job-Menü seid. Also, wie gesagt, den Job-Link, den findet ihr bei mir auf Discord. Deswegen einfach zu mir auf Discord kommen und boom, habt ihr das Ganze dann. Wenn ihr dann im Job seid, lasst ihr die Einstellungen, wie diese ist und ladet jetzt einfach nur einen Freund ein. So, ihr wartet jetzt einfach nur, bis der Freund da ist. Ist dann euer Freund da, dann startet ihr das Ganze ganz einfach. Einfach, zack, ne, in die Mission rein. Jetzt kann es ein kleines bisschen dauern. Deswegen nutzt die Chance und schreibt mir mal einen Kommentar, welche Duffelback ihr am liebsten mögt. Also von der Farbe her. So, wir warten jetzt einfach mal kurz, bis wir dann im Job sind. Klar, oben steht, was ihr machen müsst, aber das funktioniert nicht. Deswegen müsst ihr da eine andere Methode nutzen. So, wir sind jetzt auch gleich im Job. Hoffe ich mal. Also, wie gesagt, ihr braucht dann Freunde, ihr könnt es auch mit einem Random machen, aber schwierig. So, wenn ihr dann im Job seid, seht ihr auch schon, dass ihr die Duffelback habt. Und jetzt müsst ihr sie nur noch rausbekommen. Ah ja, ihr habt die geschlossene, also der Host hat die geschlossene und der andere Spieler hat dann die offene. So, jetzt öffnet ihr euer Interaktionsmenü. Geht auf Aussehen. Ihr seht, Accessoires geht nicht. Deswegen geht ihr runter auf beleuchtete Kleidung und hier spamt ihr jetzt für 30 Sekunden. Einfach nur Spam. 30 Sekunden lang nach rechts oder nach links. Ihr seht es hier. Der andere Spieler hat die offene Tasche. Ihr seht es. Der Host, die geschlossene und der andere hat die offene. Und ihr könnt euch beide dann die Tasche rausglitschen. Ist verdammt einfach. Habt ihr dann 30 Sekunden lang gespamt, dann könnt ihr das Interaktionsmenü schließen, öffnet euer Telefon und verlasst jetzt ganz einfach nur den Job. So. Und wenn wir dann wieder online spawnen, haben wir die Duffelback und die müssen wir jetzt noch abspeichern. Ihr könnt es nicht im Kleiderladen oder sowas machen. Ihr seht es. Bam, boom. Duffelback ist da. Und jetzt müssen wir diese ganz einfach nur abspeichern. Deswegen braucht ihr jetzt einfach nur eine Oppressor. Genau. Eine Oppressor braucht ihr. Deswegen holen wir die uns schnell. Zack. Und wenn ihr dann eure Oppressor habt, dann fliegt ihr damit ganz einfach mal Richtung Maskenladen. Seid ihr dann beim Maskenladen angekommen, dann müsst ihr jetzt einfach nur von eurer Oppressor abspringen, sodass ihr den Fallschirm öffnen könnt. Und jetzt müsst ihr direkt, aber auch wirklich direkt beim Maskenladen landen mit dem Fallschirm. Kann unter Umständen vielleicht ein kleines bisschen tricky sein, aber je öfters ihr das macht, umso einfacher ist es dann. Also wie gesagt, ihr müsst direkt landen. Und wenn ihr dann dort gelandet seid, dann sofort Steu-Kreuz-Rechts-Spammen. So. Jetzt könnt ihr euch das Outfit abspeichern. Ich nenne es jetzt einfach mal... So. Hier. Such mal einen Slot aus. Blue Duffel. Okay. So nennen wir das jetzt. Bam. Ist abgespeichert. Ihr seht's. Ihr habt das Outfit nicht. Jetzt öffnet ihr euer Interaktionsmenü. Holt jetzt einfach nur das gespeierte Outfit raus und boom. Habt ihr euer Outfit. Eure Duffelback. So einfach könnt ihr jetzt ganz easy euch die blaue Duffelback holen. Deswegen joint gerne meinem Discord-Server. Duffelbacher. Jerry Galer. quindi53 hit'r t